Hallo Leute, Willkommen zu einem neuen Video mit Hilde. Hoi. Hallo. Ja, wir spielen heute Sky Wars hier auf Mainzucht. Er ist auch dabei. Ja. Und, wie geht's? Gut, und dir? Auch gut. Soll ich dir ein Diamantenschwert mitmachen? Ja, gerne. Ja? Ja. Hier. Thank you. Ich hab... Ich hab eben noch mal probiert aufzunehmen, aber... Das war alles scheiße. Alles. Er hat mein Mikrofon nicht erkannt. Obwohl er es erkannt hat. Gibt's Sinn? Warte, ich hab hier noch mal was für dich. Komm mal her. Are you? Hey. Hier hinter dir. Ja. So. Hast du schon? Super. Thank you very much. No problem, my friend. Okay? Oh. So. Du baust. Mach du die Falle. Meine Maus ist kaputt gegangen. Ich kann das... Ich muss das erst lernen. Was hast du denn gemacht? Keine Ahnung, die war halt schon locker so und dann ist es eingedrückt und dann haben wir gestern auch noch die Maustaste gefetzt. Wir? Ich mein Vater. Achso. Guck mal Papa. Das ist nur ne... meine Maus. Pfff. Warte doch. Da ist nix gut, wenn du alleine... Der Typ ist einfach Skywars. Sehr gut. Nein. Hilde. Wir machen das. Geh weg. Ich kann grad nicht. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich hab halbes. Jawoll. Ich hab dir geholfen. Ja. Ja, danke Schatz. Hab dich auch lieb. Alter, wie OP ist das? Hey. Da oben kommt einer hinter uns. Da. Warte. Oh Gott. Schlierbach. Schlierbach. Er. Ja, ne. Das ist meiner. Der Typ ist fett. Auf ihn. Wo ist er denn? Da. Hä wo? Ach. Ja. Ja. Ich hab ihn. Jawoll Hilde. GG. Ah. Okay. Ah. Okay. Ja. Wollen wir nochmal ne Runde spielen? Natürlich. Gut. Wir haben wieder die gleiche Map. Das ist unser Lied Hilde. Das ist kein Lied. Nee. Glaub net. Warte. Ich mach uns mal Dierswert. Echt? Hilde. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war doch gut, hey. Achtung! Scheiße! Das ist Eis. Fuck, tot. Nein! Ich hab gehört, wir spielen auch gleich mal, nochmal ne Runde Bad Wars. Ja, hab ich auch gehört. Von wem hast du das denn gehört? von mir das ist ja ein tollen freund das ist wohl nicht witzig ich hab mein sneaken auf der auf dieser größer und kleiner taste wenn du drauf drückst das ist dann halt alles groß schreibt da habe ich sneaken drauf ja moin ich habe aus zwei drohen ein stiefel bekommen sagt 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 oder hat bei kratzen auto klicker gesehen ja ja weil ich mit abuse machen okay man hört es ja das meine tasse so weißt du ich es nicht halt nicht mit der maustaste so wie du ist nicht auch nicht mit der maustaste ich weiß das bringt uns leben sehr weiter dahin ist ein fahrzeug ich muss hier mal kurz dings machen mit nichts mit der brust da ist einer schnell probieren runter zu kloppen aber ich werde nicht überleben tot oh gott alter was soll das dann wieso spiel mir denn nicht auf komme ja sag doch mal ja ich habe nichts egal und was ist denn mit dem mit dem du gerade spielst er ist gebannt gut ja ja ich dachte du könntest das ich habe acht monate spielpause gab was erwartest du von mir acht monate ich elf ja ja nö nö wie läuft es gerade irgendwo irgendwie irgendwo hallo schickert ja nein da war ja gar nicht fuck oh hilde wir müssen die klatschen ja schnell hol den hol den habe ich so ein paar steinchen oh nein 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 das darf nicht sein nicht mal die hacker szene bringt mich down das ist mir für ein lamer spruch also das ist nicht drunter da kommt jemand er hat nein ich kann denn jetzt so schnell hier oh gott pf ach halt doch dein maul du fetzer gesundheit mein lebber hohe auf holz und zwar bis was erzählen ja also ich mache jetzt auch wieder youtube ja wann denn aber ich weiß nicht ich muss erst mal mit dem ganzen zeug klar kommen und dann ich würde mal sagen kommen die videos dann brauche ich noch mehr für mein headset und sagen wir auf dann kriegst du erst mal deinen neuen pc ja also ich habe jetzt zurzeit habe ich ein pc der ist halt nur vorübergehend ich habe halt richtig luxus irgendwie raus raus nein und nächstes wochenende krieg ich halt meinen richtigen ich und schlirbach machen jetzt unsere youtube karriere zusammen ja wir gründen eine band sie nennt sich die fetten schnecken ah wir spielen gegen hobbykoch justin der besiegt uns mit steaks pass auf der hobbykoch kommt Achtung der hobbykoch der ist schon da lol ja ich wurde zurückgebacken ich habe es gesehen nein ich bring mich selber um kriege ich auch noch einen kill wenn ich es überhaupt schaffe hier irgendwas zu machen ich hause alle runter ich will schon Tobi nennen bitte Hilde nein hol das Bett noch weg was war das denn der ist fett ich glaube ich hole die fuck ab 1 ab 2 ja wohl warum beeiligt ja ich brauch mein Stück mein Knüppel sonst kann ich ja gar nichts machen ich brauche irgendwie immer einen Stock deswegen lebe ich auch im Wald deswegen kommen die Videos immer so spät weil die lang trauen zum hochladen gute Schlussfolgerung gell der hobbykoch bei so einer Vorlesung wenn der Typ da fertig ist beim Lesen da so was meine Selfies sind wenigstens ungefiltert ja wie mein Bier ja komm spawntrap los ich hab sie wo sind sie da ist Bett warte ich spawntrap sie spawntrap sie holz 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 jawoll ja man Hilde so lau So lau lau es weiter Steak wir können ja Quake Pro mal richtig hart und fette Spaß Und Leute falls diese Scheiße mal mein Mikrofon aufnimmt wir fahren äh diese Sommerferien brich in 8 Wochen Oh ich werde schon wieder gekekt in 4 Wandsen Sommerferien dann die vierte woche dann fahren wir wieder nach Österreich hab ich dir das schon erzählt da gibt es wieder einen fetten vlog leider ohne aber mit sonst allen ist vielleicht fährt auch wieder der willi mit oder tom kann ich wieder nerven der war richtig angepisst nach fünf tagen den ganze gefilmt habe das einfach nichts nicht mehr mit mir gesprochen fast nicht die kamera hatte die kamera aber anfang hat ihm das gefallen hat auch mitgemacht fans rainbow pack ojoin regenbogen pack mit einhörnern und fliegen klatschen oder raus und jetzt fällt runter er fällt runter irgendwo hin wo du wo die dich nicht holen können ja ich bin ja so irgendwie erinnert mich die map an spongebob ich weiß nicht wieso wegen spongebob vielleicht ja ich glaube schon wegen spongebob und so eine technik und ich klicke so schnell wie eminem rappt da gibt es eine geschichte verdammt aber ich bin hinter dir ich bin hinter dir schön soll ich zum bett gehen oder machst du ja ich bin tot jawohl alter weltklasse bauer hier danke bauarbeiter können wir das schaffen bob der meister kriegt keiner davon denen ist da und ich weiß nicht wo das bett ist oben muss die treppen hoch ah ja ich sehe es easy jetzt ist er hinter dir runtergefallen der hat schaden bekommen ich weiß wenn du es bisschen mit knockback aushältst du es vielleicht schaffen tschüss Leute komm her tschüss abonniert mich ja der ist unten in der beschreibung wenn ich es nicht vergisst tschüss bis äh in der nächsten folge von hilde und olaf willst du auch noch was sagen ja ich will auch noch was sagen sich du du Bis zum nächsten Mal.